Ein Bild von einer Frau? Prädestiniert für diese Aufgabe. Ein Schmuckstück der Abteilung. Hoho, langsam da, junger Freund. Hat sich wohl verlaufen. Sieht aber nicht so aus, als würde er hierher gehören. Nur wohl einem Zirkus entflohen. Nun, Extravaganz ist die Uniform der Individualisten, nicht wahr? Entschuldigen Sie, dürfte ich... Hey, hey, wohin so hastig? Ich bin auf der Suche nach einer Frau. Sind wir das nicht alle? Auf einer Mission also. Kein Grund, uns in unserer Pause zu sterben. Kommt hereingestürzt wie ein Eber. In den Pausenraum. Wie ein Eber. Na, na. Sie können doch hier nicht so einfach drängeln. Wir machen hier gerade Pause. Keinerlei Anstand. Sieht er denn nicht, dass wir uns hier ausruhen? Ich denke, er macht sich die Situation nicht klar. Jünger Mann, es ist unsere Pause. Okay, dann möchtest du nicht länger stören. Nicht zu fassen. Fasselt einfach weiter. Ohne Punkt und Komma. Ich will doch einfach nur... Sie sollten sich einmal regenerieren. Sie werden sicherlich erfreut über eine kleine Ruhepause. Sie kommen ja ohnehin nicht weiter. Nicht wie Sie sich benehmen. Sie wollen doch jetzt nicht umkehren. Wo Sie jetzt schon bis hierher gekommen sind. Die Jugend hat einfach kein Durchsetzungsvermögen mehr. Geben auf beim kleinsten Hindernis. Wenn ich damals so einfach umgekehrt wäre, wäre ich jetzt sicher nicht hier. Ja, und uns hat man damals auch nicht einfach sowas geschenkt? Er möchte es ja nicht mal. Er weiß ja gar nichts, was er damit anfangen soll. Er weiß ja gar nicht, was er da hat. Wenn Sie es nicht wollen, dann geben Sie es gleich zurück.